Hallo, Servus und Grüezi miteinander und herzlich Willkommen in der virtuellen Realität. Heute mal mit einem ganz besonderen Spiel, nämlich mit einem Gewinnspiel und ich bin richtig happy, weil ich habe zwei Steam Keys zum verlosen bekommen für das Spiel Hypatia und was Hypatia ist. Das zeige ich euch jetzt mal kurz. Hypatia ist eine virtuelle Stadt, relativ umfangreich und groß und wunderschön gestaltet. Man kann sich da so richtig vertun. Wenn man kreativ sein möchte, ist man in Hypatia sicher gut bedient. Es ist ein Treffpunkt für alle. Die Entwickler sind noch fleißig dran und wollen Hypatia weiter nach vorne bringen. Leider ist das ganze ein bisschen teuer. Ihr seht hier im Schweizer Store ist kein Preis angegeben. Das liegt einfach daran, dass es im Schweizer Store nicht verfügbar ist. Aber ich weiß es einfach von der Webseite her, das müsste so um die 25 bis 28 Euro günstig teuer sein. Aber hier gibt es ja zwei Keys zu gewinnen. Die Grafik ist absolut sensationell. Seit dem letzten Update kann man da richtig hochschrauben. Also auch Leute mit guten Grafikkarten kommen da richtig in den Genuss von wunderschöner Grafik in diesem Spiel. Und was ihr dafür machen müsst, um diese Keys zu bekommen, das ist ganz einfach. Und zwar unter dem Video, welches ihr gerade schaut, habt ihr die Möglichkeit einen Kommentar zu posten. Wichtig ist einfach, dass ihr Abonnent seid bei mir und schreibt irgendwas rein. Das kann ein Hallo sein oder sonst irgendwas. Schreibt mal rein, mit welcher Brille ihr gerade unterwegs seid. Und ja, Schluss ist dann am nächsten Mittwoch, am 19. und zwar um 12 Uhr mittags. Alles was bis Punkt 12 Uhr mittags reinkommt, an Kommentaren wird für den Wettbewerb berücksichtigt. Alles was nachher reinkommt, leider nicht mehr. Am Donnerstag werde ich dann das Auslosungsvideo machen. Ganz wichtig, guckt euch das an. Vielleicht seid ja ihr dabei und habt etwas gewonnen. Also ich verbleibe bis dahin mit spielt was schönes. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!